Als ich ein Kind war, wurde mir die Entdeckung meines Heimatortes Heringsdorf wie ein Märchen erzählt. Es war im Frühjahr 1863, als die Brüder Hugo und Adelbert Dellbrück, Bankiers aus Berlin, in einem dichten Buchenwald stehend, beim Anblick der Ostsee ausriefen, hier bleiben wir. Neulich sprach mir einer an und sagte, die sind aber schon schön braun. Wie lange sind die denn schon hier? Ich sagte, seit November 1952. Wer auf der Insel lebt, der hat das doch gut. Der darf nicht meckern. Wenn er meckert, macht er alles falsch. Aber die Berliner Bankiers erkannten auch, welche Möglichkeiten einem Geschäftsmodell, das aus Sommer, Sonne, Strand und Meerbestand innewohnten. Ich habe in 14 Ländern gearbeitet und war in 14 Ländern tätig. Die Menschen sind sehr freundlich, zuvorkommend nett. Ich bin hier angekommen, ich fühle mich hier wirklich pudelwohl. Sonst könnte ich auch in einer Pommesbude arbeiten, glaube ich. Die Seebäder der Insel Usedom waren vor dem Ersten Weltkrieg zur Badewanne Berlins geworden. Schon 1910 schrieb der berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr, in Heringsdorf begegnet man den Menschen, vor denen man aus Berlin geflohen ist. Meine Tätigkeit besteht ja darin, sehr penetrant zu sein. Ich muss ja die Altobjekte sozusagen erstmal haben, damit ich überhaupt etwas verkaufen kann. Das ist das, was ich verkaufe. Lebensgefühl, Usedom kann sexy, Usedom ist sexy, Usedom ist geil. Mich hat mal ein Staatssekretär gefragt, wo der Fisch herkommt. Da habe ich eine klare Antwort gegeben, aus dem Wasser. Das ist das, was ich verabschiedet.